Mein Name ist Jens, ich bin 28 Jahre alt und bin seit drei Jahren bei der Firma Cappuccino. Und ich nehme euch heute einfach mal mit in mein Gebiet, ins wunderschöne Rheinland, nach Düsseldorf und Köln. Da wir natürlich ein junges und dynamisches Team sind, macht es natürlich besonders viel Spaß. Das Schöne bei der Firma Cappuccino zu arbeiten ist letztendlich so, dass es immer um Kaffee geht. Wir haben ein tolles Konzept und auch immer die Zukunft im Auge haben. Es ist besonders schön, dass wir innovativ wirklich große Schritte machen. So, am ersten Termin angekommen. Direkt erstmal eine neue Aufstellung unserer Kaffeemaschine. Und dann schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Zweieinhalb Jahre sind wir an Bord. Wir haben tatsächlich in den zweieinhalb Jahren noch nie länger als 24 Stunden auf den Techniker warten müssen, wenn mal was an der Maschine dran ist. Das hat mir der kleine Einblick gefallen. Wie ihr gesehen habt, ist von der Technik bis zum Vertrieb alles dabei. Dann bewegt euch einfach. Und jetzt erstmal, schön feiern.